Charlie Chaplin, der berühmteste Mann der Welt, der komischste Mann der Welt. Sie sind aus dem Welt. Was wollen Sie von Ihnen? Ich will mit Ihnen über eine Rolle reden, in einem Film von Ihnen. Sehen Sie, Charlie, genau das ist Ihr Problem. Wir reden hier gar nicht über unseren Film. Wir reden eigentlich nur über die Grenzen Ihrer Vorstellungskraft. Mein Gott, nochmal! Ich bin so am Arsch! Wir zeigen keine Sterbenden, sondern machen eine Komödie aus dem Mordplan. Wir machen den Film. Und der Oskar geht an... Soll Sie denn eine Waffe versteckt haben? Sie wären überrascht. Dribut von Oswald von Charlie Chaplin! So, kommt Ihr Name denn zuerst? Soll Sie das? 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 Bis zum nächsten Mal.